Synchronisation! Wir synchronisieren den Ton! Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir! Heute gibt es mal wieder ein Mod-Video. Wir haben jetzt sehr lange kein Mod-Video mehr gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Mod-Video war. Falls ihr es noch wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall bin ich heute zurück. Es gibt einige neue, coole Mods. Was heißt neue? Es gibt Updates. Neben diesen Mods, die ich euch heute zeigen werde, habe ich noch einen Mod gefunden, den ich euch allerdings heute nicht zeigen werde. Den habe ich nämlich noch gar nicht installiert, aber ich finde ihn ziemlich interessant. Nicht für mein Gameplay unbedingt, weil ich nicht so eine Art von Spiel spiele, aber es ist auf jeden Fall mega krass und bringt ziemlich viel neues, realistisches Gameplay ins Spiel. Also falls ihr ein Video über diesen Mod sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Naja, wir werden jetzt aber direkt losstarten, damit dieses Video nicht allzu lange geht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sind hier in einer neuen Familie. Die kennt ihr noch gar nicht. Die habe ich nämlich gerade erst erstellt. Das ist die Familie Honeycutt, beziehungsweise ein Teil der Familie heißt Honeycutt. Und der andere Teil heißt Matthias. Und zwar besteht diese Familie aus dem Ehepaar Alison und Ryan. Die haben zwei Kinder, und zwar Melissa und Dorian. Dann hat, wie heißt sie, Alison noch eine Schwester. Das ist die gute Dame, Blair. Und deren Mutter wohnt auch noch im Haus. Das ist Evelyn. Wie ich auf diese Familienzusammenstellung komme, keine Ahnung. Irgendwie hatte ich Lust mal so ein paar Familienmitglieder drumherum noch zu erstellen. Und daraus ist dann das hier geworden. Sie wohnen in einem wunderschönen Haus hier in Willow Creek. Ich habe das Haus aus der Galerie. Es heißt Space Game Suburban, weil viele mich danach immer fragen. Wenn wir jetzt hier schon mal im Baumodus sind, dann fangen wir auch direkt mit dem ersten Mod an, den ich euch heute zeigen werde. Und zwar habe ich den bei Kowei Stacey gefunden. Dieser Mod nennt sich der Residential History Mod. Ich habe euch ja schon mal ein paar Mods gezeigt, wo man mehr Traditionen hinzufügen kann. Oder mehr Merkmale für die Sims oder was weiß ich. Einfach Dinge, die dem Sim oder dem Spiel mehr Leben einhauchen, mehr Persönlichkeit geben, mehr Charakter geben. Und ich bin ja ein Riesenfan davon, dass es halt einfach meine Art, wie ich mein Spiel spiele, so realistisch wie möglich und mit so viel Background wie möglich. Und jetzt hat Kowei Stacey einen Mod rausgebracht. Eigentlich heißt es ja ein Ne-Mod. Das regt mich voll auf. Das ist ein Ne-Mod, die Ne-Mod. Für mich ist das der Mod. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat Kowei Stacey einen Mod rausgebracht, mit dem man mehr Grundstücksmerkmale hinzufügen kann. Und ich finde das einfach so, so cool, weil ich finde das nämlich schon mal sehr gut mit den Merkmalen, die man in Grundstücken hinzufügen kann. Allerdings haben diese Merkmale wenig mit der Vergangenheit dieses Hauses bzw. dieses Grundstück zu tun. Und dieser Mod beschäftigt sich eben genau damit, mit der Vergangenheit dieses Grundstücks. Und das finde ich mega cool. Und zwar gibt es einmal das neue Merkmal Geschichte der Dunkelheit. Das Kind des Vorbesitzers wurde gemobbt, weil es so einzigartig war. Er konnte es schließlich nicht mehr ertragen und fing an, Hexerei zu studieren, damit er Rache nehmen konnte. Gerüchte über sein neues Hobby verbreiteten sich schnell und sie alle fürchteten sich vor ihm und entschuldigten sich. Aber zu diesem Zeitpunkt wollte er sie immer noch dafür bezahlen lassen. Er lud sie in dieses Haus ein, um sich zu rächen. Aber leider schlug es fehl und er verschwand für immer. Die Leute sagen, wenn du hierher kommst, wirst du die Gegenwart des Bösen spüren. Es ist wirklich nicht hilfreich, dass ich alleine zu Hause bin. Ja, mega cool. Dann gibt es noch die Geschichte der Einsamkeit. Der Vorbesitzer war ein Menschenliebhaber, also verbrachte er viel Zeit damit, anderen zu helfen und nahm sich keine Zeit für seine Frau. Sie fühlte sich schließlich so einsam, dass sie einfach das Haus verließ und nie wieder zurückkam. Er tat es schließlich auch und verließ das Haus. Um es verrotten zu lassen. Die Leute sagen, wenn du hierher kommst, wirst du unglücklich werden. Deine Beziehungen werden enden und schließlich wirst auch du das Haus verlassen. Auch mega, mega cool. Es ist halt auch so einfach so viel Charakter, das da drin steckt. Und die coolste Sache zeige ich euch gleich noch, aber ich lese euch erst noch die anderen vor, die es noch gibt. Und zwar Geschichte der Familie. Die Vorbesitzer waren eine reiche, liebevolle und freundliche Familie. Sie behandelten jeden in der Nachbarschaft wie eine Familie, unabhängig von ihrer Herkunft. Schließlich verloren sie ihren Reichtum und mussten das Haus der Familie verkaufen. Die Leute sagen, wenn sie hier leben, werden sie eine glückliche Familie haben. Auch mega cool, wenn ihr so ein Familienhaus baut und wirklich auch wollt, dass es eine glückliche große Familie ist. Dann ist dieses Merkmal sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch Geschichte der Fröhlichkeit. Die vorherige Besitzerin hat hart gearbeitet und hatte alles, was sie sich je gewünscht hat. Außer Fruchtbarkeit. Aber das hinderte sie nicht daran. Sie entschied sich für eine Adoption und zog schließlich sechs wunderschöne Kinder groß. Die Leute sagen, wenn du hierher kommst, wird es dir Glück und Erfolg bringen. Aber du könntest unfruchtbar werden. Und das finde ich einfach so, so cool. Also ich denke mal, es wird auch funktionieren, dass man dann wirklich unfruchtbar wird, so wie ich Kawaii Stacey kenne. Sie hat das halt einfach drauf. Und ja, mega, mega cool, dass man halt quasi glücklich ist, aber dann so diese kleine, diesen kleinen Nachteil hat, dass man dann eben unfruchtbar wird. Und ja, ich mag es irgendwie gerne. Dann gibt es noch Geschichte der Religion. Die Vorbesitzerin war sehr religiös und stand zu ihrem Glauben. Sie würde das, was sie gelernt hatte, verbreiten, ohne dass sich jemand unwohl fühlte. Sie sagen, als sie diese Welt verließ, hatte sie ein riesiges Lächeln im Gesicht, das alle um sie herum in ihren letzten Augenblicken in Frieden versetzte. Die Leute sagen, wenn sie hier leben, werden sie gesegnet sein. Ich habe teilweise den Google-Übersetzer hierfür benutzt, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, das zu übersetzen. Nicht wundern, die Übersetzungen sind dann manchmal ein bisschen komisch. Dann gibt es noch die Geschichte der Romantik. Die Vorbesitzer waren gezwungen, wegen ihrer Firma umzuziehen. Sie waren seit fünf Jahren Kollegen und konnten sich nicht ausstehen. Aber zusammenleben zu müssen, hat alles verändert. Nach einiger Zeit mussten sie wieder umziehen. Aber dieses Mal nicht, wegen der Arbeit. Es war für ihr neues Leben zusammen. Die Leute sagen, wenn du hier lebst, wirst du die Romantik deines Lebens haben. Wow, Nina, super übersetzt. Dann gibt es noch die Geschichte des Befalls. Der Vorbesitzer war ein Wissenschaftler, der mit Insekten experimentierte. Er wollte sie intelligenter machen. Sein Plan funktionierte. Sie machten allerdings eine Mahlzeit aus ihm. Die Leute sagen, wenn du hier wohnst, werden sie dich auch fressen. Dann gibt es noch die Geschichte des Todes. Die Vorbesitzerin war besessen von ihrem Freund. Und als er um ein wenig Abstand bat, konnte sie das einfach nicht akzeptieren. Die Leute sagen, wenn du hier lebst, kannst du ihn immer noch um Hilfe schreien hören. Ja, das waren alle Merkmale, die es bei diesem Mod gibt. Ich finde es einfach Hammer. Wirklich, mir gefällt es so, 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 so gut. Das kann ich nur noch mal betonen. Und das Coolste ist daran, das habe ich ja gerade schon vorweggenommen. Und zwar, wenn ihr jetzt dieses Merkmal anklickt, dann ist es nicht einfach nur da und steht dort. Sondern die Sims bekommen tatsächlich auch Stimmungen, die dann mit diesem Merkmal zu tun haben. Und ich glaube, das Intensivste, was kommen kann, also das Intensivste Merkmal, was die intensivsten Stimmungen hervorruft, ist Geschichte des Todes oder Geschichte der Dunkelheit. Und ich glaube, wir nehmen mal Geschichte der Dunkelheit, einfach um das mal auszutesten, was dann passiert. Wir drücken jetzt mal auf den Live-Modus und spielen einfach mal ein bisschen mit unserer Familie. Und dann werden wir sehen, ob irgendwer dann gleich mal ein Merkmal bekommt, was mit diesem Merkmal, ach, eine Stimmung bekommt, was mit diesem Merkmal zu tun hat. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ich finde das so gruselig, oh mein Gott. Kannst du mich sehen, wegen Geschichte des Grundstücks. Alison hört anscheinend ungewöhnliche Dinge. Boah, Leute, ich kriege richtig Gänsehaut. Ich finde das so, so gruselig. Hat sie auch was? Ja. Hast du das gehört? Melissa hat gerade ein bisschen Flüstern oder Gesänge gehört. Oh mein Gott. Sie ist deswegen natürlich jetzt auch sehr, sehr angespannt. Wow, es ist wirklich richtig krass. Also ihr seht, ihr könnt damit das Gameplay ganz schön verändern. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf Dauer auch schwierig für die Familie sein würde. Seht ihr das? Guckt euch das an. Er sieht jetzt auch Dinge. Es würde auch schwierig für die Familie... Wie wir... Warum schwebt der denn? Er ist von einem Dämon besessen! Was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, es würde dann auch irgendwann für die Familie schwierig werden, wenn die dauerhaft mit solchen, ja, Flüstereien oder... Oh, ich habe ein bisschen Schiss gerade. Wenn sie dauernd mit so paranormalen Aktivitäten konfrontiert werden. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie dann auch einfach umziehen wollen, weil die einfach mit dem Stress nicht klarkommen. Es gibt natürlich bei diesem Mod auch die positiven Merkmale, aber ich finde die, vor allem die dunklen, sehr, sehr spannend. Also hier die Geschichte der Dunkelheit oder Geschichte des Todes finde ich super spannend und macht sehr viel mit solchen Häusern. Ich meine, es gibt ja auch noch viel gruseliger Häuser. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein schäbiges Haus, was vom Bösen besessen ist. Aber, ja, finde ich richtig, richtig cool. Jetzt habt ihr das auch gesehen. Wenn man jetzt andere Merkmale nimmt, dann kommt da zum Beispiel, dass sie sich plötzlich richtig glücklich fühlen oder sie fühlen sich plötzlich total geliebt. Und man kann tatsächlich sogar auch über die Stimmen reden. Fällt mir gerade ein. Warte mal. Weil sie hat das Merkmal. Kannst du mich sehen? Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon über die Stimmen reden kann. Vielleicht sollte sie das nicht mit ihrem Sohn tun, aber vielleicht mit ihrem Mann. Okay, gerade kann da noch keiner drüber sprechen. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, über diese paranormalen Aktivitäten zu sprechen. Das finde ich ziemlich cool. Und wenn du zum Beispiel das Merkmal hast, wo man unfruchtbar werden kann, dann kann man dem anderen Sim gestehen, dass man unfruchtbar ist oder man kann darüber sprechen. Oder wenn man dieses Romantikmerkmal hat und Lust auf Techtelmechtel hat, dann kann man auch sagen, ich habe Lust auf Techtelmechtel. Oder wenn man dieses Familienmerkmal hat, dann kann man einem anderen Familienmitglied dann auch mal ich hab dich lieb sagen und sowas. Ja, finde ich richtig cool. Und wie gesagt, gibt dem Ganzen wieder sehr, sehr viel Realismus in die Geschichte rein. Und das mag ich halt einfach. Okay, der nächste Mod ist ein kleiner Mod, den ich aber ziemlich cool finde. Einfach auch für Storytelling. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel Simps nicht zusammen erstellt habt, wie ich jetzt. Ich habe die ja alle zusammen erstellt, deswegen sind sie auch alle miteinander verwandt. Und nachträglich wollt ihr dann noch, dass irgendwer mit irgendwem Verwandt ist. Dann gibt es jetzt diesen Mod, den ihr nutzen könnt. Und zwar könnt ihr dann einfach auf den anderen Sim draufdrücken und dann könnt ihr hier das Verwandtschaftsverhältnis einstellen. Und dann geht ihr auf Verwandtschaftsverhältnis hinzufügen. Dann könnt ihr denjenigen als Cousin, als Enkel, Enkelin, als Geschwisterkind, Großvater, Großmutter, Neffe, Nichte oder als Tante, Enkel festlegen. Und das finde ich ziemlich cool, weil vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Story hast, wie ich mit Katie in meinem Teen Rex to Riches Let's Play und du dann irgendwie versuchen willst, dann ein Gameplay daraus zu machen, eine Story, dann ist das manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich jetzt zum Beispiel ihre Großmutter nicht im Spiel selber habe. Das war jetzt alles erst mal nur fiktiv. Und mit diesem Mod könnte ich dann nachträglich noch sagen, okay, das ist ihre Großmutter. Und dann steht eben dort unten auch, wenn ich jetzt dann darauf klicken würde, dann würde da auch Großmutter beziehungsweise Oma stehen. Und das finde ich einfach mega cool, weil das eine sehr, sehr einfache Methode ist, um jemanden der Familie hinzuzufügen. Was komisch wäre, wenn wir jetzt Allison mit Ryan verwandt sein lassen würden. Genau, guter Deutsch. Nee, aber wir könnten jetzt hier irgendwie drücken, dass die zum Beispiel, dass er, weiß nicht, der Cousin ist. Und wenn wir dann auf ihn drauf gehen, dann steht da Cousin. Und das bedeutet, sie ist gerade mit ihrem Cousin verheiratet. Aber ihr könnt das auch genauso schnell wieder wegmachen, als wenn ihr jetzt hier einfach drauf geht, dann könnt ihr nicht mehr als Cousin anzeigen drücken. Und dann ist er nicht mehr der Cousin. Zum Glück. Und der dritte und letzte Mod, den ich euch heute noch zeigen möchte, ist das Update von dem Slice of Life Mod. Ihr kennt den wahrscheinlich schon. Ich zeige den, glaube ich, in jedem meiner Mod-Videos, weil Kawhi Stacey da dauernd mega geile Updates rausbringt. Und immer wieder neues Gameplay, was einfach so Hammer ist, wo ich nicht verstehe, warum Sims nicht mehr sagt, okay, wir engagieren Kawhi Stacey und sie macht all das, nur wird sie dafür bezahlt. Ja, ich finde es einfach Wahnsinn, was sie für Arbeit leistet. Und ja, deswegen kann ich ihr immer nur wieder Credits geben. Und Chapeau. Ich habe größten Respekt vor ihr. Und der Slice of Life Mod wurde jetzt ein bisschen überarbeitet. Das Periodensystem, das hört sich lustig an, also das Tagesystem, also das weibliche Periodensystem, also wenn eine Frau ihre Tage hat, Nina, hör einfach auf zu reden. Alle haben verstanden, was du meinst. Also das Periodensystem wurde ein bisschen überarbeitet. Das Anzeigebild davon sieht tatsächlich jetzt auch ein bisschen anders aus. Ich finde das richtig süß mit dem kleinen Tröpfchen. Und bei ihr steht jetzt fast soweit, es ist fast Zeit für Alisons Periode. Der Zyklus findet alle zwölf Tage statt und dauert drei Tage an. Wenn dein Sim älter wird, kann sie keinen Zyklus mehr bekommen. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr cool. Das heißt, sie kann sozusagen in die Wechseljahre kommen. Und bei, ähm, wie heißt sie? Melissa? Sie? Ja, Melissa steht auch erste Periode. Und das finde ich richtig süß irgendwie. Das ist so niedlich. Und ist halt auch gut fürs Gameplay, für die Storytelling. Ich weiß nicht, ob es das vorher auch schon gab, also vor dem Update. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig niedlich. Und, ähm, es gibt jetzt auch neue Symptome, wenn sie ihre Tage haben. Und ich glaube, die sind auch nicht alle nur negativ. Ähm, ich werde gleich mal vorspulen, bis jemand die Periode hat, damit wir das dann genau beobachten können. Aber was auch noch mit dem Update kam, ist, äh, ein neues Krankheitssystem. Denn das war ja, also es war erst cool, dass es da war. Dann war es aber ein bisschen exzessiv, weil die dauernd alle krank waren. Dann hat sie es wieder rausgenommen. Und jetzt hat sie es überarbeitet und wieder ins Spiel reingetan. Und jetzt, äh, gibt es eben auch die Möglichkeit, das dann alles direkt zu behandeln. Es gibt die Möglichkeit, eine Impfung zu bekommen. Es gibt die Möglichkeit, das Krankenhaus zu besuchen. Ähm, man kann hier Symptom-Medizin, ähm, kaufen. Ah, okay, das, äh, lindert dann die akuten Schmerzen oder was auch immer der Sym dann hat. Aber ich würde sagen, wir geben jetzt einfach mal einem Sym hier die Grippe, damit wir das einfach sehen können, was passiert. Und sie hat jetzt hier Halsschmerzen, wird krank in 24 Stunden. Oh mein Gott, ist das cool. Bei mir fängt es tatsächlich auch immer mit Halsschmerzen an, wenn ich eine Grippe bekomme bzw. krank werde. Deswegen ist das mega cool, dass es ausgerechnet mit Halsschmerzen anfängt. Wie ihr seht, dauert es jetzt 4 Stunden, äh, 24 Stunden, bis sie so richtig krank ist. Und ich finde das super realistisch, weil es ist ja nicht so, dass du plötzlich so, oh, ich habe eine Grippe. Sondern das kommt ja so ganz schleichend. Ich würde sagen, wir spulen jetzt einfach mal 24 Stunden vor und sehen dann mal, was passiert. Ich habe dem Grundstück jetzt hier mal das Familienmerkmal gegeben und jetzt steht hier, ich liebe meine Familie. Ryan genießt es, nahe der Familie zu sein. Und das ist einfach süß. Es ist einfach zuckersüß. Oh, guck, und hier kann ich jetzt nämlich auch ich hab dich lieb sagen. Voll süß, oder? Und das kommt halt auch mit dem Merkmal. Oh, niedlich. Mit sowas kriegt man mich, Leute. Mit sowas steht mir ganz, ganz schnell mein Herz. Oh, guckt mal, was man auch alles hier im sozialen Medienmenü posten kann. Mega cool. Hier, über freien Tag posten, über kranken Tag posten, krankes Selfie posten, über Unbehaglichkeit posten. Wir werden mal ein krankes Selfie posten. Und hier Hausmittel posten, wie geil. Das ist einfach alles mit so viel Liebe zum Detail. Das ist wirklich das, was ich mir mal von EA wünschen würde, dass die so viel Liebe ins Detail stecken. Das ist einfach Gold wert. Und Christy, sie macht das ohne Geld. Das ist für mich so unbegreiflich. Das Bild passt einfach perfekt zur heutigen Stimmung. Deine Follower sind der gleichen Meinung. Melissa hat zwölf Follower dazugewonnen. Sie hat jetzt insgesamt zwölf Follower. Sehr gut, Girl. Oh, Melissa hat 150 Follower dazugewonnen. Sie hat jetzt insgesamt 162 Follower. Ich glaube, ihre Follower denken sich alle so, oh mein Gott, relatable. Deswegen werden wir jetzt direkt mal noch Hausmittel posten. Melissa hat 200 Follower gewonnen. Großartig. Also ihre Follower scheinen es zu mögen, wenn es ihr schlecht geht und sie darüber postet. Sie hatte mal auf Twitter so eine Umfrage gemacht, wie man es finden würde, wenn man so wirklich Krankheiten mal mit ins Spiel bringen würde und nicht nur so Sim-Krankheiten. Und ich glaube, es gibt aber jetzt in diesem Update hier auch schon so was wie Mumps und so. Ich weiß nur nicht genau, wie das funktioniert und wann das auftritt, wie häufig das auftritt und so. Aber ich habe auf Twitter gelesen, dass es das wohl in diesem Update gibt. Ich habe euch das Wichtigste noch gar nicht gezeigt. Das habe ich ganz vergessen. Und zwar ist es Sims jetzt möglich, ein Selbsttechnisch durchzuführen. Auf Deutsch hört sich das richtig bescheuert an. Im Englischen heißt es halt Self-Woo-Hoo. Ich finde das ein bisschen cooler. Aber ich finde das einfach so eine gute Idee. Also es ist halt sozusagen Selbstbefriedigung. Und es sollte eigentlich so das Normalste der Welt sein. Deswegen finde ich es super, dass sie das mit hier reingebracht hat. Und man sollte da mehr drüber sprechen. Deswegen ist es sehr wichtig. Und wir drücken da jetzt einfach mal drauf und schauen uns das Spektakel doch mal an, was sie jetzt hier so fabriziert. Großartig. Ich finde es großartig. Weil ich glaube, vor allem Teenager erforschen so ein bisschen den Körper und so. Und dann ist das, glaube ich, einfach realistisch, dass sie da mal selbst Hand anlegt, sage ich mal. Ich finde es einfach mega cool. Sie kriegt mir jetzt bestimmt auch eine Stimmung, wie es so war. Ich spüre mal ein bisschen vor. Guck mal, das finde ich voll cool. Seht ihr das? Lustig. Und angenehme Berührungen. Es gibt nichts Besseres, als sie selbst zu berühren. Oh mein Gott. Ist das hier noch family friendly? Aber wie gesagt, ich finde es cool. Ich finde es wichtig, dass man darüber spricht. Und warum haben wir Geld bekommen? Oh, schaut mal. Oh nein, Grippe. Melissa scheint ein Virus eingefangen zu haben. Dieser wird die Stimmung, Fähigkeiten und Motive deines Sims beeinflussen. Diese Übersetzung ist ein bisschen kurios. Aber ich will hier nichts judgen. Die habe ich übrigens nicht selber übersetzt. Das habe ich von der Translation-Seite. Kopfschmerzen. Melissas Kopfschmerz. Dann muss sie pieseln. Ich glaube, das liegt nicht an der Krankheit. Und sie hat schweren Husten. Melissas Hals kratzt sehr. Oh nein, sie fühlt sich unsicher momentan. Und das Ende der Welt. Oh nein, Kinderhassen ist krank zu sein. Der arme Kleine. Naja, es ist eine Mädel. Aber egal. Ansteckend wegen Erkältung. Dieser Sim kann Krankheiten verbreiten. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Das ist sowas von realistisch, Leute. Ich liebe es einfach. Großartig. Das ist so viel Realismus in einem Mod. Großartig. Großartig. Ich kann nicht aufhören, großartig zu sagen. Weil es ist wirklich einfach nur großartig. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht, dass es unser Melissa so schlecht geht. Deswegen werden wir natürlich jetzt mal eben zum Arzt gehen. Wir werden das Krankenhaus besuchen. Bringt das dann was? Ich glaube schon. Und wir nehmen Mami mit. Weil wir können ja nicht alleine gehen. Um 5.22 Uhr. Adios, Amigos. Ich hoffe, es geht ihr gut. Heilung. Wegen Medizin. Melissa hat eine hohe Chance geheilt zu werden. Yay. Das ist ja toll. Ist sie wieder da? Ne. Sie fühlt sich einfach nur benommen. Aber das ist ja mega cool. Vor allem, dass sie sich jetzt auch hier so benommen fühlt, weil sie einfach so voll die Drogen eingeflößt bekommen hat. Wo ist sie? Da. Wieso hat das uns jetzt zweimal 100.000, ach 100 Euro, 100 Symbolen jetzt abgezogen? Oh mein Gott. Wurde sie jetzt nicht geheilt? Oh, wie gemein. Sie hat sich doch erst besser gefühlt. Och, Mano. Naja, ich finde es aber auf jeden Fall ziemlich cool, weil es ist nun mal auch so, dass ein Arzt kein Wunderheiler ist. Da kann ich es so machen und direkt geht es einem besser. Also, super Sache. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Medizin kaufen. Wartet mal, das machen wir jetzt auch noch. Also, wir sind jetzt hier auf der Seite von Kwai Stacey und ich glaube, das wurde hier aber noch nicht geupdatet. Also, dieses Bild auf jeden Fall. Hier seht ihr auch, wenn sie ihre Tage hat, dann hat sie halt auch... Oh mein Gott, das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Auf jeden Fall, ganz Nina, fahr ruhig runter. Wenn sie ihre Tage hat, dann kann sie auch hier Schmerztabletten nehmen, damit sie dann keine Unterlaubsschmerzen und sowas hat. Ah, das Allerwichtigste, Leute, das habe ich ganz vergessen. Wir brauchen jetzt Tampons und Binden. Das finde ich so realistisch. Das heißt, wenn die Sims ihre Tage haben, dann müssen die ihr Tampon wechseln oder ihre Binde wechseln. Ansonsten geht es denen schlecht und sie fühlen sich schlecht. Hammer. Ich würde sagen, wir spulen jetzt auch noch so lange vor, bis jemand seinen Tag hat, damit wir das auch noch sehen können. Guck mal, jetzt hat sich ihre Tante angesteckt. Sie hat jetzt auch Halsschmerzen. Oh nein. Am besten holen wir jetzt ganz schnell Medizin für sie, damit sie dann nicht krank wird. Und zwar holen wir jetzt diese Medizin. Ich hoffe, das wird was besser machen, aber ich weiß nicht. Oh, seht ihr? Symptomlinderung wegen Medizin. Blair wird von den Symptomen befreit, bis die Medizin nicht mehr wirkt. Oh nein. Ich dachte, dass... Oh nein. Sie hat jetzt eine Erkältung. Jetzt haben sie sich angesteckt. Guck mal, Leute. Er hat jetzt die Stimmung ausgesetzt. Wegen krankem Sim in der Nähe. Es besteht die Chance, dass dieser Sim krank wird. Mega cool. Also es sind auch fast alle krank geworden. Sie sind ein bisschen wütend, weil... Ach, ihre Schwester hat irgendwann angefleitet. Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist Oma ja krank geworden. Ich habe ihr allerdings Medizin gegeben, deswegen geht es ihr ein bisschen besser. Sie ist krank geworden. Sie hat aber auch Medizin bekommen. Sie ist auch krank geworden. Und sie ist auch krank geworden. Ach nee, sie war ja von Anfang an krank. Aber er ist... Doch, er ist jetzt auch krank geworden. Juhu! Aber wie gesagt, ich finde es sehr realistisch. Ich hatte mal einen Magen-Darm und habe mich die ganze Zeit übergeben. Und eine Woche später hatte meine ganze Familie Magen-Darm. Und alle haben sich übergeben. So, jetzt sollte es soweit sein. Sie müsste jetzt ihre Periode bekommen zu ihrer Grippe. Das ist doch schön, oder? Das ist das Allerschlimmste. Oh mein Gott! Was hat sie denn jetzt alles... Wow! Okay, also... Menstruationszyklus. Er endet in vier Tagen. Sehr gut. Und dann findet er wieder... Hä? Okay. Hier ist ein Bug unterwegs, Leute. Wir kriegen nicht schon wieder in drei Tagen unseren Zyklus. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall hat sie... Blair kennt derzeit keine Kinderzeugen. Wie cool ist das denn? Okay, supi. Dann hat sie süße Gelüste. Dies ist ein Symptom von Blairs Menstruationszyklus. Das ist von ihrer Grippe. Äh, sie hat Krämpfe. Auch wegen ihrer Tage. Und sie braucht einen Tampon oder eine Binde. Blair braucht einen Tampon, eine Binde, um sich wohl zu fühlen und frisch zu riechen. Dieser Sim kann entweder eine kaufen oder eine Dusche und einen Bad nehmen. Das finde ich super. Und ich muss erst mal diesen... Ja, Prost, Nina. So, jetzt kaufen wir ihr aber mal irgendeinen Tampon. Stimm mal auf, Girl. Handlung. Erstmal lindern wir ihre Schmerzen, so. Und dann lindern wir ihre... Ihr Bedürfnis nach einem Tampon. Yay! Jetzt hat sie ein frisches Tampon. Frischer Tampon, frische Binde. Blair fühlt sich frisch. Sehr gut. Da freuen wir uns doch. Sie hat jetzt auch ein bisschen Fieber. Und ihr geht sehr schlecht. Aber ihre Krämpfe sind schon ein bisschen besser geworden. Deswegen ist doch alles im Lot auf dem Boot. Wir kriegen hier irgendwie die ganze Zeit random Geld. Und ich weiß nicht, warum. Wer senkt uns hier Geld? Okay, Leute. Und das soll es dann jetzt auch mal gewesen sein von diesem Video. Ich weiß, es war ein bisschen durcheinander und rambly. Aber so ist das, wenn ich das erstmal auf einen Mod reagiere. Ich habe das Update halt vorher noch nicht angeguckt. Und ich bin begeistert. Ich finde es richtig toll. Also hier und da sind halt noch ein paar Bugs und so. Aber wie gesagt, man muss bedenken, sie macht das ganz alleine. Ohne Bezahlung. Ohne das professionell zu machen. Ich finde es super. Also richtig, richtig cool. Die anderen Mods finde ich auch cool. Ich verlinke euch natürlich alles in der Infobox, damit ihr da dann vorbeischauen könnt. Und dann hoffe ich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Mods ich noch auschecken soll. Und ob ich mal ein Video über diesen Mod machen soll, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der so ein bisschen fatal ist, würde ich mal behaupten. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.